Ihr Lieben, das ist die legendäre blaue Lagune, von der man leider gerade überhaupt nichts mehr sieht, weil Lord Odin, sprich Mannanann, Lord Poseidon, hat sie sich scheinbar zurückgeholt. Und dort hinten, wo ihr die Tröppe seht, da ist im Sommer unser Strand, und hoffentlich diesen Sommer wieder, wo wir unsere Drachen erwecken, wo wir im Wasser unsere Leimarbeit machen. Und es ist zwar wunderschön, wir könnten heute Tankleib machen, ja. Wenn wir feuchten Tank haben, machen wir ja im Sommer auch Tankleib. Da könnte ich euch zu einladen, vielleicht Patrick für die Haut, damit sie weiter so geschmeidig wird, ein kleiner Tankleib, das würde heute noch passen. Ja, und im nächsten Sommer hoffentlich wieder mit angespültem Sand. Zauberwoche, Leibarbeit, Drachenerwachen, die Stalltherapie, in dem Sinne, Aho, aus dem etwas kühleren, aber nicht weniger faszinierenden Mallorca der Wunderwoche, wo wir nicht ganz so stark von Sonne und Warmwind abgelenkt sind. Bis dann, ciao, ciao, Ola!